Okay, das wird so heftig werden. Wir haben nämlich jetzt nur Ticks und ich bin einfach Edgar. Ich werde auf jeden Fall natürlich schon mal mein Gadget zünden, das ist klar. Ey, 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 dass ich direkt jumpen kann. So, wie viele Cubes haben wir denn jetzt? Das ist immer ein bisschen random. 16 Cubes. Okay, wir gehen am besten irgendwo hin, wo es hoffentlich einiges zu holen gibt. Let's go. So, direkt die nächste Ult. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Tick ist da wirklich... Ah, was? Was? Okay, wir machen einen anderen Brawler erst. Machen wir mal. Tick ist da viel zu broken.